Carrot-Pican-Bread mit Maple Glaze. Karotte grobe Raspeln, den Apfel zur Karotte reiben. Und jetzt brauchen wir Zucker und Margarine. Zucker und Margarine rühren wir jetzt schaumig. Pekanüsse zerkleinern. Die Karotten-Apfel-Mischung zur Margarine. Dann brauchen wir Mehl, dann kommen die Nüsse rein. Dann brauchen wir Backpulver und Vanilliezucker. Eine Prise Salz, Zimt dazugeben und den Essig dazugeben. Alle Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. Masse in die Kastenform streichen. Backe, backe Kuchen. Für den Überzug brauchen wir Puderzucker, Zitronensaft und einen leckeren Ahornsirup. Alles verrühren, Pistazien grob hacken. Und jetzt kommt der Überzug hier drauf, die gehackten Pistazien oben drauf. Das ist definitiv mehr als Brot.